Hey! Antoine, Percy, Ernst. Ihr wisst, dass ich euch... Ihr wisst, dass ich euch lieb. So geil, hey. So geil, wie du verlogen bist, hey. Percy, hör mir mal kurz zu. Kannst du mich... Ich hab ne kleine Überraschung für dich. Eine Überraschung nur für dich, weil ich weiß, dass du so ein Strahlemann bist. Du bekommst eine Rubrik in der Show alleine. Du alleine. Und zwar das Wetter. Das Wetter. Du bist Wetterfee. Was juckt das Wetter? Du verlogenes Ding. Ich muss nicht sauer sein jetzt. Jede Folge machst du das Wetter. Und du machst die Gartenschau. Antoine. Du machst die Gartenschau. Ich soll eine Gartenschau machen. Ab und zu gehst dahin, quatscht mit jemandem, kräßt sie hier, pflanzt da. In den Garten. Über Bäume. Du glaubst doch wirklich, dass diese Kreative über eine Gartenschau hinbekommt. Der kann nicht mal grad laufen, da willst du ihm eine Gartenschau hinbekommen. Ich mach einmal eine Gartenschau. Und danach übernehme ich Wetter. Aber kann das sein, Antoine, dass du deine Fresse halten willst? Ich weiß schon, an wen du mich erinnerst. Prinz Eisenherz. Aber filmst du mich eigentlich grad die ganze Zeit, du Älter? Ernst. Mach mal bitte die Kamera runter wieder. Runter. Hey, hey, hey. Jürgenmann. Antoine, lass mal. Antoine, lass mal kurz. Hey, hey, hey. Obacht. Vorsicht. Jetzt machst du einen Fehler. Gib die Kamera zurück. Lach dich mal kurz in Ruhe. Es bringt gar nichts. Ist es gut, Maria. Hör damit. Das meine ich ein. Wenn die hier ist. Und du, Ernst Ritter, du filmst im Hintergrund Backstage. Filmst du alles. Ja, ist doch okay. Ist doch schön. Also, ich freue mich auf jeden Fall. So geil, was du hier abziehst und du denkst, wir merken es nicht. So dumme, hey. Oder möchte ich mir selber die Freze boxen? Was hast du schon mal gesehen? Von den Geschwindigkeiten. Ich krieg zwar gerade einen Krampf in meinem Arschmark, aber alles für den Scheiß. So geht es. So geht es. Was ist denn? Oh. Hey. Wow. Anton. Fertig ernst. Ich, ähm. Erstmal, schön, dass ihr da seid. Ich habe euch nicht erreicht. Würdest du uns was sagen vielleicht? Ich hätte euch früher Bescheid sagen müssen, das stimmt. Aber, ähm. Diese Show. Heißt es vielleicht die Teddy-Teckel-Brun-Show. Ah. Toll. Aber eigentlich sollte sie heißen die Antoine-Percy-Einstiegler-undund-und-show. Teckel-Brun am Ende. Krass. Nur der Lamp. Der Name Teckel-Brun ist schon lange. Du bist so verlogen. Das ist das, was ich an dir schätze. Deine Verlogenheit. So geil, hey. Percy, hör mir mal kurz zu. Kannst du mich ... Ich habe eine kleine ... Halt doch die Freze. Ich wollte dich überraschen. Ja, klar. Das ist mein Team. Das ist unser Team. Das ist unser Team. Und wir machen eine großartige Show. Hey, der filmt die ganze Zeit. Weißt du das? Der filmt die ganze Zeit. Ernst. Ernst. Okay. Lass dich davon. Das ist alles ... Das ist Family. Nee, nee, das ist Family. Sven. Sven, Aurelia und Tina. Und ihr seid das Team oder was? Habt ihr auch schon ein freies soziales Jahr gemacht? Bevor ich hier angefangen habe. Ja. Teddy. Aber ich sollten sie noch mal. Teddy. Bitte. Tu mir einen Gefallen. Ich weiß, du bist in der Welt sehr. Aber ich probier's jetzt einmal. Lass mich einmal drauf sitzen. Ich bin jetzt hinten an dir dran. Ich bin jetzt hinten an dir dran. Ist alles okay bei dir, aber ... Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich esse erst mal was. Ist das Spiel, ne? Ist ziemlich hungrig, das Viech. Das hast du auch noch nichts hin, ne, Anton? Ist ein hungriges Viech. Super. Hey. Ruhig, hey. Das bringt nichts. Streichel doch den Stuhl auch. Vielleicht ist das ja ein Leopard. Ich würde eine Dance-Performance absolvieren in der Show. Du bist der beschissenste Tänzer, den es überhaupt gibt. Darf ich tanzen in der Show? Wer tanzt? Niemand. Niemand in den ganzen Laden will dich tanzen sehen. Nicht mal der beschissenste Tänzer. Der mit dem schlechtesten Geschmack will dich nicht mal tanzen sehen. Sind das keine Moves, die überzeugen, ha? Du hast erfunden, nicht intakt zu tanzen. Merkst selber grad, dass dein Körper kämpft. Mit sich selbst. Jungs. Geil. Zebra. Siehst du den verwirrten Typen? Hast du schon mal was vom Voltischieren gehört? Super. Mach weiter. Mach weiter. Mach weiter. Hat er ört? Boah, dich anzugucken, wie das mich aggressiv macht, hey. Deine ganze Art. Nur dir zuzugucken, werde ich richtig aggressiv. Ich hoffe, ihr versteht euch nachher gut. In der Show bitte keine Rangeleien, kein Gefetztes. Es wäre cool, wenn ihr euch einfach in der Show ganz smooth. Danach könnt ihr diskutieren, aber in der Show bitte entspannt. Es wird eine geile Show. Wird's eine geile Show? Wird eine geile Show. Ciao zusammen. Wie geht's euch eigentlich? Ihr wirkt ein bisschen betröppelt. Produktion oder wie? Auch die Jungs, ne? Ja. Die Jungs. Deine Jungs. Also ist was vorgefallen. Wir sind seit 10 Minuten hier drinnen, Pessi. Ich hab ne Idee für ne Performance. Ideen. Sagt euch Ballettensemble was. Schwanzi. Ich hab was überlegt für nen Schaureuter. Hacksacks! Oh! Was ist jetzt passiert? Ich bin der Gans. Also ich glaube, die haben manchmal ne andere Auffassung von ihrem Bereich, als wir denken, dass sie haben sollten. Mhm. Die komplette Show geht um Flügel. Ich mach das mit dem Löffel. Deswegen brauch ich 40 Löffel. Weil manchmal funktionieren die nicht. Und dann kommt ihr. Gacko, die Gacko, die Gacko. Wenn irgendwie, wenn's ein Problem gibt, dann redet einfach mit denen. Mit denen kann man ja auch gut reden. Mh. Mh. Hast du schon beim Modell ins Theater mitbekommen oder nicht? Ich hätte gern einen Nackskratzer. Und einen, äh, Flammenwerfer. Und das müsste eigentlich erstmal reichen. Und die andere Idee würde ich euch per Fax rüber mailen. Sind wir mal ganz ehrlich, was soll ich machen? Was soll ich machen? Nein, klar, du kannst gar nix, ganz gar nix machen. Du kannst gar nix machen. Hallo? Ich komm runter. Also. Showbeginn. Gut, ich hab Sprachnachricht bekommen. Hey Jungs, ich bin's Teddy. Ich wollte euch sagen, ich hab ne Idee für die letzte Show. Okay. Und zwar, wir geben den Leuten ne geile Zeit. So richtig fett. Und ich hab gedacht, Antoine könnte das Opening machen. Geht raus und performt irgendeine fette Nummer. Und hostet so ein bisschen die Show. Uh. Okay. Find ich jetzt nicht so geil. Chris, ich mach einen Show heut Abend. Selber. Okay. Ich sag nur, falls ihr kommen wollt. Und Ernst und Percy, ihr könnt euch ja irgendwas anderes überlegen, wie wir dem Publikum was geben können. Ne, also Überschrift ist geben. Heute geben wir. Ne, 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 ne. Ich liebe euch Jungs. Prästig. Schönen Tag. Ja. Läuft gut. Ich werd das Ding zerlegen. Zerlegen warte ich das Ding. Heute wird Ausnahmezustand sein in der Ladentrennen. Flont Title Pro. Die Ubisoft im Auftrag von